Salam, herzlich willkommen, ich bin Noa Doba und heute gibt es wieder eine Reaktion heute. Und zwar, ihr wundert euch, Noa, warum geht im Titel wieder Reaktion auf La Muga Yada? Das hast du doch schon letztens gebracht. Ja Freunde, die Sache ist nie, ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen, aber heute hat sein Musikvideo gelöscht. Weil er wahrscheinlich nicht damit zu kriegen war. Also ich nehme das Video heute am 16. Juni auf und um 10 Uhr hat er es rausgehauen. Ich nehme das Video jetzt auch um 15 nach 10 auf. Er hat das neue Musikvideo rausgehauen zum gleichen Songlambo der Yada, Leute. Dann gehen wir uns einfach nochmal den Song auf Celleca Basis und mit dem neuen Musikvideo. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr das hinbekommen habt. Auf jeden Fall hat er gesagt, er war mir zufrieden, weil er anscheinend hat er gesagt, dass die das allein gemacht haben. Also alles hilft mir. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Es ist Sommer und ich cruise durch die Stadt und du siehst mich von Weitem im Lambo Gajardo. Fast die Schule verkackt, doch ich gab weiter Gas und jetzt sitze ich im Lambo Gajardo. Lambo Gajardo, Lambo Gajardo, Lambo Gajardo, Lambo Gajardo, Lambo Gajardo, Lambo Gajardo. Und jetzt sitze ich im Lambo Gajardo. Es geht los, steigen Wagen Richtung Sonne. Was, Digga, will nicht zu Hause vergammeln? Die Uhr an der Hand wiegt so locker ne Tonne. Darum Fenster down und Arm raus, wenn ich komme, wenn ich komme. Park neue Wallmann, direkt vor meinem blauen Bunker ziehen. Neue Sneaks in meinen Kopf, warum meine Jeans? Aber Leute, ich weiß nicht, ob ich das nicht so sehe oder nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, die Bewegung von Aboids, also die Mundbewegung und der Song, ich finde das nicht so synchron. Das ist so mein Gefühl, aber ich kann mich auch täuschen, Leute. Auf und dein Handy, ja, Mann. Und jetzt GMT und die Sneaker sind bequem, ja. Sonnenbrille, Prada und das Schmuck ist vom Cartier. Ich habe das Game so hart rasiert und da sind wir mit System, ja, ja. Steig aus dem Wagen mit zwei Milleträter. Digga Jordans forever. S63 verkauft, weil du Schlesienfeld, AMG jeder. Es ist Sommer und ich cruise durch die Stadt und du siehst mich vom Weiten im Lambo Gajardo. Fast die Schule verkackt, doch ich gab weiter Gas. Und jetzt sitze ich im Lambo Gajardo. Ja, du, ja, du, Lambo Gajardo. Ja, du, ja, du, Lambo Gajardo. Ja, du, ja, du, Lambo Gajardo. Und jetzt sitze ich im Lambo Gajardo. Es geht los, meine Brüder sind am Start. Digga, fahren auf der Autobahn 300 kmh. Halten in der Tanke und Kaffee vom Automat. Digga, Apo, AID, ich fahre nie wieder mit Bahnen. Park an der Alster und sieh, wie sie starben. Er ist ignorant, doch dein Fotos und Schaun. Du machst oft krass mit deinem Fokus im Blau, aber hältst an deinem Maul, denn der Motor dreht aus. Motor an und den Kaffeehaus. Will ich im Sommer durch die Blocks rauschen. Kampf an zwei Zimmer, Wohnung zu dem Loft-Haus. Cruiser in den Lambo Gajardo, Top Sound. Steig aus dem Wagen mit zwei Milleträter. Digga. Aber Leute, was ich schon sagen muss, also im Gegensatz zum ersten Musikvideo ist das schon ein Unterschied, finde ich. Die haben es ja nicht, also das Video ist ja professioneller gemacht, also das erste ist auf jeden Fall eine Besserung zu sehen. Aber eben meine Meinung ist, da ist es immer noch nicht so eine Synchronität, die man sich von einem Opfer der Basis, finde ich. Aber versteht mich nicht falsch, um Gottes Willen, Apoid hat es immer noch drauf, Leute. Ich bleib dabei. Jordans Forever S63 verkauft, weil du schließend mit AM wie jeder Es ist Sommer und ich cruise durch die Stadt und du siehst mich vom Weiten im Lambo Gajardo Fast die Schule verkackt, doch ich gab weiter Gas und jetzt sitz ich im Lambo Gajardo Also Leute, wir nehmen wieder die Kappung ab. Ähm, alle was ich sagen muss, wir haben gesehen, im Gegensatz zum alten Musikvideos waren noch irgendwie andere, mehr Szenen drin, Video. Ähm, an sich war das Video auch professioneller. Ja, was Apoid ja auch gesagt hat, das letzte Video, das war nicht alles, der hat das alles mit seinen Kollegen selbst gemacht, weil irgendwelche Kameramänner an dem Tag keine Zeit hat. Und auf jeden Fall, man sieht schon eine Steigerung. Ich bleib aber immer noch dabei, dass es so ein, muss ich sagen, so ein Sommerhit passt zum Wetter momentan nicht. Aber passt zur Saison momentan und es ist auch mal Wiener bis bald. Ich bleib dabei, dass es immer noch, meiner Meinung nach, sein bester Song gewesen ist jetzt. Bleib ich dabei. Leute, wenn ihr wieder eure andere Meinung habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Und auf jeden Fall, euer RT-Gameweber ist raus und ciao.